Also das letzte Mal, wo ich es das erste Mal probiert habe, das war gestern oder vorgestern. Da habe ich mich so schlecht getroffen mit der C2N3, so okay, aber jetzt an. Einen einzigen runter. Wollen ich keinen. Hey, wake up! Wird das denn schon? Wird so spät. Wird, warte, der BG-Tree. Ach, ne, ich komme da rüber. Ich glaube, die ziehen mir sogar weg, die SPDs. Ja, ja, merke ich. Keine Chance. Die rauf, oder glaube ich, sogar schon? Oh, da ist eine VG-33 vor mir. Aber ich glaube, ist der dumm genug zu kurven? Ah, ja, der geht gerade hoch. Jetzt geht er hoch, ja, ja, ja. Versuche ich mal da dran zu hängen. Komm ja auch. In ganzheit ist der hierre vergrößert, wenn man nicht in ganzheit ist, sondern so quasi heraus und durchs ganz recht. Schnut. Ja, so ich. Ach, hier, alle. Ich bin aus der Halle. Das ist wirklich toll, das. Ah, wie ist es? Wow, der Fremd, oder? Ja, ich bin geschossen. Stimmt. Einmal weiter. Jawohl. Wow. Kampion. Chatbot G4, Jeff. Wir haben jetzt gleich, Südkurs, zwei Kontakte vor uns. Ruhm, ich drehe mal über Rolf. Über diesem Waldstück, mehr oder weniger, und westen, also links da vorne über dem Fliss. Ja, ja, stimmt. Ah, der hohe Kontakt quert uns gleich wieder. Ja, der überfliegt uns gleich. Ja. Wow. Der Reihen stürzt auf uns. Ich habe ihn getroffen. Ah, ich hasse das Zeit, Alter. Na ja, er stürzt weg, so was man sieht. Keine Chance. Bist du nach, oder? Ich bleib mal hier auf der Höhe, ich drück dich drei Tage eigentlich schon mal, was er macht. Ah, ich glaube, ich komme sogar ran, wenn ich ran drücke. Ja, Lüchter. Ja, ich komme ran. Ich werde euch nun mal noch sehen. Da geht er runter. Da geht er runter. Ah, ich bin gleich über dem Fluss. Wüste. Könnte vielleicht einer von uns sein. Was fliegt denn da? Könnte ich mir fast vorstellen, ne? Das könnte der Druck vielleicht sein. Oh, er hat gerade gewarpt. Was, der Warfare, da gibt es auch Warps. Ja, ja. Er ist ein gegnerischer Bomber und eine 109. Ja, schau, schau, schau. Wow, eine Planky. Wo ist denn das? Auch mit Geschossen. Was denn? Ein Bomber, das? Ja. 109 hängt Stuhl dahinter. Ich weiß nicht, dass der sich erhofft. 109b. Eigentlich, wenn man unter dem Heck fliegt, dürfte er ja nicht treffen. Der will das nicht. Ich versuch's gerade. Ja, ich stütze auch mal unter ihm. In mir kommt keiner von uns so richtig ran, kommt man da vor. Ne, das ist echt schnell. Ja, das ist einigermaßen. Links, wenn man das fliegt, was kriegt man das? Oder ein, überholt's nicht. Ah, das ist schon weit, ne? Ah, das ist schnell eh. Und das coole ganze Zeit zu testen. Ich schieße doch nach unten. Ne, eben geht das. Long range shots. Ja, ich glaube, das bringt nichts. Den hole ich mir nicht ein. Und auf dessen 6 möchte ich nicht unbedingt hoppen. Mit dem Doppeldecker nicht so super. Der explodiert nicht, dass... Vielleicht ist das schon tot. 8 Minuten hab ich noch. Ich bin jetzt mit 35 Sekunden später aufgesetzt. Ja, ich weiß gar nicht. Ich bin schon. Früher ab und zu reingesegelt. Ja, die letzte Minute nur gesegelt und reingenommen. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, ich bin noch nie. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Neat backup! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 I don't know. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Move after B! Move after B! Copyright Untertitel NDR 2021 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 Copyright Untertitel NDR 2021